Auf jeden Fall, ich habe dir jetzt jemand mitgebracht, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es jemand, der aus dem Zirkus kommt, aber der gleichzeitig auch in der Garage arbeitet, also in so einer Mechaniker-Garage. Das finde ich jetzt schon ganz geil. Oder? Also du kannst ja den Geruch von Öl jetzt und so autoreifen. Vor allem Benzin riecht es geil. Benzin, also überall Benzin spritzt er um sich herum, nur heute nicht. Aber er ist hier und er macht einen unglaublichen Act mit seiner Hand. Ich gehe gleich, ich muss gehen, ich glaube, ich muss gehen. Alles aus dem Speed-Dating, also Hände und Geruch. Und er ist heute Abend hier, für Sie im Zelt und für Sie zu Hause und vor allem für dich. Hier ist der wunderbare Akrobat Robert Heunka. Geil. Und er ist heute Abend hier, für Sie im Zelt und 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 für Sie im Zelt. Und er ist heute Abend hier, für Sie im Zelt und für Sie im Zelt. Und er ist heute Abend hier, für Sie im Zelt und für Sie im Zelt. Und er ist heute Abend hier, für Sie im Zelt und für Sie im Zelt. Musik 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 Robert Heuger! Robert Heuger! Robert Heuger! Können wir noch mehr sehen? Komm! Robert Heuger! Robert Heuger! So! Robert, wenn du dich ganz kurz hier hinsetzen würdest, das wäre ganz toll. Ich zieh mir mein Jackett an. Joa! 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 Oh, hier liegt ja noch ne Telefonnummer. Die geht an mich. Rufen Sie uns an. Spenden Sie. Vielen Dank, dass Sie zuschauen. Auch in Belgien. Oi! Löhlichkeit. Ist ja jetzt gratis. Handys anrufen. Das magst du dieses Geräusch eigentlich? So klingt das geil. Pass auf, warte mal. Nein, nein, nein. Warte mal. Ich glaube, so klingt das dann richtig. Warte mal. Oh! Oh! Geil! Geil!